Willkommen zu Weihnachten, auf dem Weihnachtsmarket. Wir gehen gerade aus, gelb, in jedem Jahr. Ihr seht ein kleines Ständchen, mit vielen Räucherkärzchen. Ich kann nicht widerstehen, und muss sie zwei mitnehmen. Für einen Euro. Das ist das Räucherkärzchen, das wir immer warten. Das ist das Räucherkärzchen, von jedem Jahr. Das ist das Räucherkärzchen, das wir immer warten. Das ist das Räucherkärzchen, von jedem Jahr. Ich gehe gleich nach Hause, und suche ein Streichhölzchen. Ich schreibe es an der Packung, in jedem Jahr. Ich rieche schöne Düfte, sollte nach Tanne duften. Auch leider nicht danach. Das ist das Räucherkärzchen, das wir immer warten. Das ist das Räucherkärzchen, von jedem Jahr. Das ist das Räucherkärzchen, von jedem Jahr. Das ist das Räucherkärzchen, von jedem Jahr.